Ich wurde von einem dicken Chinesen geküsst. Ach da kommt sie! 105! Ja, ich seh's! Oh, hier kommt sie! Geil! Wiking Time! Da! Aldo! Ich bin Versorgungssolder, ich kann bauen ohne Ende! Boah, Aldo! Alter, tu blödes... Ich hab diese... Ich schieß jetzt auf das scheiß Flugzeug, Alter! Hm? Ich schieß jetzt permanent auf das Flugzeug, das bringt's nämlich sogar! Ja? Das ist nämlich das geile! Ja, du kannst mit dem normalen Schuss... Also mit dem Vorsorg... Ich bin mir ja nicht sicher, ob's mit anderen Klassen geht, aber mit Versorgungssolder auf jeden Fall! Okay! Aber wir haben ja auch MG! Vielleicht ist das was anderes! Ach so! Aber ich kann nur draufballern, wenn's nahe kommt! Das ist ja schon mal noch Durchbruch! Ach so! Das heißt, die kommen ja erst noch! Ja! Hm... Ah, das heißt ja... Wir müssen ja gar nicht rumrennen! Das heißt, ich kann mich ja auf eine... ...fucking Flagge... ...spezialisieren! Ja! Hier vorne ist jemand gestorben, sind Sie schon auf der Insel? Ja, Sie sind schon... Ich hab grad einen erschossen! Auf unserer Insel? Ja, ja! Ich guck grad, was ich aufbauen kann! Oh, ist schon kalt! Ja, ich baue das hier auf, Alter! Na, will jemand so'n Flagge? Oder so'n Geschützturm? Oder was auch immer das ist, ich weiß es nicht! Was ist denn das? Ich hab hier irgend so'n fettes Teil-Geschützding aufgebaut! Mann! Ich glaub dachte, die sind auf so'n kaputtes, Alter! Ich treff' ich den scheiß Panzer nicht! Vier Schatten! Da, wo ich drin... Da, wo ich drin sitze, ist doch ein Panzerabwehr, oder? Ja, scheint so! Du fliegt... Aua! Aua! Der labert mir zuviel! Direkt auf'm Nullstil! Ey, du bist schon längst weg! Da schießt er dich durch den Berg noch ab, Alter! Dieses Drecksscheiß! Ja, jetzt bist du zu leise! Ich hab dich von 100 auf 60 gestellt! Weil du mir so ins Ohr geschrien hast! Und jetzt warst du auf einmal so leise, dass ich dich nicht mehr gehört hab! Da liegt einer! Haha! Dein Arm, Alter! Pass auf, Alter! Die stehen doch hier um der Ecke! Ich weiß nicht, oder? Ich hab ihn auch groß gesehen! Braust du Munition? Hier hast du! Danke! Ich brauch' immer Munition! Ich wurde gebessert! Hinter dir! Sehr gut! Na, ich war's nicht! Oh, ich hab mit hingeschossen! So! Nicht so tot! Ich kann dich nicht aufheben! Ich war tot, ja! Okay! Hat dich einer aufgehoben? Nee! Ich hab mich wieder überlebt bei dir! Oh, scheiße! Haha! Junge, wie du weggeflogen bist! Junge, wie ich weggeflogen bin! Der muss weg! Hm! So, scheiß Sniper, Alter! Ich hasse Sniper! Der muss weg! Pest, Alter! Ich war auch grad der Sniper! Ich war auch grad der Sniper! Ich hasse dich drunter! Nee, dann hasse ich dich halt! Ja, ich hab so'n Teil, das ist zerstört! Echt? Ich find' ich geil, immer! Oh, er ist halt den Rücken geschossen! Hast du sie gesehen? Hast du bei dem einen gesehen, dass einfach so'n Flugzeug in ihn reingeflogen ist? Nee! Bei allen von unseren Freunden ist grad einfach so'n Flugzeug voll in ihn reingeflogen! Aber es war ein freundliches Flugzeug! Achso! Ein freundliches Flugzeug! Achso! Da oben stehen ja Leute! Also Feinde! Also richtig! Warum sind hier jetzt auf einmal so viele? Wie kommen die auf einmal so schnell so viele hier? Keine Ahnung! Das geht doch gar nicht! Da hat sich einer von mir ausgeruht! Will jemand bei mir spawnen? Ich bin mitten im Gefecht! Oh! Sofort zurückziehen! Oh! 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 Auf mich schießt ein Flugzeug und ich hab's einfach abgewehrt! Äh! Glück существ! Oh man! Ja! Ich baue gerade Häuser! Und du so? Ich renne hier rum. Im Krieg einfach so'n Häuserbauer so! Ja! Was machst du so? Hiyo! Ich baue Geschütze, und ich baue ein Haus! Cing noch nichts lá woraus! kann ich irgendwie am besten ist nicht so anstrengend ich baue da mal panzer barrikaden hin weil ich hasse panzer du sicher auch also fahren selber so ein panzer ich möchte parzer reparieren komm her komm her du bist mein freund ich verstecke mich hinter dir und reparier dich man das scheiß fluchzeug du hässliches ja ich habe jemand weg geholt obwohl ich nur hinterm stein saß durch den stein durchgeschossen geile mann hacker ich bin ein hacker ich habe durch ein stein durchgeschossen und jemanden umgebracht ich habe hier aus der doppelte ich sehe auf der karte so ein typ in meine richtung schauen ich sehe nicht er sieht mich anscheinend nicht und im flugzeug wollte ich nicht sitzen und da war bloß noch einer da konnte ich auch gar nicht rein weil es nur einmal ein flugzeug war achso warum bietet er mir den dann an zum spornen keine ahnung hä wo bin ich hinschmerzen keine ahnung warum das anbietet das war einmal ein flugzeug auf jeden fall so viel kann ich dir sagen PC und X sind auch bei mir also Heli und was war denn das für ein sound alter die scheißer aber wir hatten ich hatte lange nicht mehr so einen guten spieler in meinem team papa ja ja in meinem trupp mein ich wie mich oder was ja die waren alle scheiße ok da ist ein sniper ah ne ist ein soldat der versteckt sich genau vor meiner sicht oh alter oh ich habe wieder drei Hitser bekommen alter oh ich habe ihn umgebracht mit einem Headshot alter oh was war auf die letzte sekunde habe ich ihn noch erlegt oh mein gott ich habe noch jemanden umgebracht oh mein gott 4 zu 5 habe ich hm was denn ich habe mal rein umgebracht du stein oh mein gott ah da wollte ich den hochholen ging aber nicht weil ich kein Arzt bin wir bräuchten Arzt Aua schieb mich nicht weg du Arsch ich habe schon wieder vergessen wie man hier Flugzeug fliegt alter ist schon wieder komplett weird in GTA ne steuerst du mit dem numpad okay ich weiß wie scheiße ist es habe ich jemanden getroffen wo ist der Pisspot wieso ist der weg alter nein Alter was braucht man denn für eine Steuerung wenn man Flugzeug fliegen möchte boah Bruder hä hä Mann wieso wird mir angeboten Flugzeug zu fliegen also ich meine dann wird mir angeboten ähm sich zu reparieren wenn man es gar nicht kann hä hä das macht ja gar keinen Sinn mit dem Flugzeug ne ne mit dem Headshot achso noch zwei du liegst ja hier am Bunker alter ja klar scheiße ich muss ja rückzug ich kann ja bei dem gar nicht spawnen ich bleib hier einfach das ist doch scheiße du liegst dort und ich kann nicht spawnen wegen rückzug ich habe noch jemanden ja ich weiß es ist traurig habe ich auch schon geweint mehrere Male Alter kann mich jemand hochrollen hä hauptsache ihr seid zu dritt einfach alle Soldaten ne Soldat lass mich das machen das sind meine Punkte verpiss dich jung diese flugzeuge haben so ein komplettes Teil von uns grad in die Luft gejagt so ähm ja keinahne ich allere es einfach mal Junge, Alter, was hat er für Aggressionen? Hast du es gesehen? Ne. Achso, ich dachte schon. Digga, was hat er für Aggressionen, Mann. Komplett aggressiv. Steinkegel aus massiven Baton, einfach so in drei Sekunden. Baton. Baton. Kennst du das nicht? Baton? Das ist französisch und heißt Entschuldigung. Nochmal gerettet, so. Baton heißt das. Ja, hab ich doch gesagt. Baton. Ne, Baton hast du gesagt. Ja, ja. Oh, ja, ich hab Panzer kaputt gemacht. So, ja, ja. Leute, du bist auch 14 Mal gestorben und ich habe auch, also du hast 14 Kills und ich habe und du bist 14 Mal gestorben und ich habe 8 Kills und bin 8 Mal gestorben. Also, als ob wir jedes Mal, was wir gelebt haben, 1 Kill gemacht. Find ich, find ich nice. Oh Mann, wie soll ich nicht Pistole hinlachen? So, jetzt hab ich alles, was man bauen konnte auf der ganzen, also auf dieser Position. Wo bin ich eigentlich? Bei A. Schnell weg. Bei A hab ich schon alles gebaut, was man bauen könnte. Einmal zumindest. Ich hab gerade auch mal so meine Haut gerettet. Treffer. Oh. Komm mal. Ah, 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 ah. Er wollte gerade hoch. Er war fast die Leiter hoch, da hab ich ihn noch runtergeschossen. Hey, der stirbt nicht. Der hat Hexanschwirken. Ich habe hier gerade 500 Mal ins Gesicht geballert. Kann, kann, hallo? Ach, jetzt ist der gestorben. Vollidiot, Alter. Ich denke, er sollst du sterben, Alter. Nee, ich meine, unser Teamkamerad, der sollte mich aufheben, eigentlich, weil er genau vor mir lag. Und der Trottel stirbt einfach, statt mich aufzuhören. So eine Unverschämtheit. Der kann doch richtig viel dafür, dass der gestorben ist. Hä? Die liegen ja alle hier oben rum, Alter. Aber er hat hier schon wieder hinterlaufen. Mist. Ich wollte von einem dicken Chinesen geküsst. Hier ist ein Panzer, der hier rumfährt. Die machen kaputt. Ich bin verteidigt. Also ich bin links klasse, ne? Achso. War schon klasse. Also ja, ich kann zweimal draufballern. Und auch Schaden verursachen. Schon, schon, aber nicht gerade viel. Sie wollen P- Was? Oh. Ich hab nur dieses Licht aus dem Gebüsch gesehen. ich seh die aber nicht, Alter. Das ist doch scheiße. Aufsache, die sehen uns in Massen. Ey, die haben ja voll viele ausgerottet. Die kamen ja ein ganzer Schwarm von Bienen. What the fuck? Uh. Bitte, Monique. Oh, Alter, da rennst du um dein scheiß Leben, Alter. Ich hab auch Leute gerade im Gebüsch gesehen. Und sie umgebracht. Zumindest ein davon. Von den zwei. Tränkst Assi, du bist ein scheiß Panzer, du bist ein Wichser. What the fuck, Alter. Ich komm nur um die Ecke, da stehen so 300 Leute und ich dachte mir so, alles klar, wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, wo kommen die her? What the fuck? Nein. Ja. Ich hasse übrigens diesen Ort, wo ich gerade bin. Ich weiß nicht, ich bin immer noch bei A. Ich bleibe bei A für immer, meinen Rest des Lebens. Das ist wie so eine Schildkröte. Nee, warte, das ist nicht die Schildkröte. Runter! Meine Fresse. Ich bin gar nicht so weit gelaufen, musste da, aber, ach so, man läuft ja rückwärtsig, langsamer. Da oben steht ein Panzer, war jetzt nicht mehr. Was zum, was ist passiert, Alter? Hab ich, hä? Was? Wo ist der jetzt? Der wollte mich messern und ich hab mich irgendwie, ich hab ihn gebittschleppt und an einerseits zurückgeflogen und dann hab ich auf ihn geschossen und dann war ich tot und dann war er tot und dann waren drei Leute. Oh Mist. Warum hab ich ihn nicht erschlagen mit dem Knüppel, Mann? Was zur Hölle? Bei mir sind drei Handgranaten reingeflogen. Drei. Alter. Hilfe. Und jeder, jeder Handgranate in eine andere Ecke, ey. Wo bist du? Was machst du? Ich brenne, ich brenne. Schon wieder dahinter, ey. Auto läuft zu B. Ja, gute Idee. Weil da ist ja niemand im Moment. Na doch, da sind sie alle zum Schießen. Die schießen von B aus? Warum schießen die zuerst auf mich, Alter? Du bist doch viel da vorne. Na, ich bin auch tot. Guck mal, die werden sterben übrigens, ne? Wer? Zumindest werden wir die ultra dezimieren. Dezimieren? Ja. Okay. Naja, das feindliche Team, halt. Ja, das schaffen die nicht mehr. Weil die haben, die haben jetzt schon 103 in. Also die haben jetzt nur 113 Leben. Gleich schon 100 und danach 110 und so weiter und so weiter. Oh, den mach ich noch Headshot hier eben, Alter. Fein. Die könnten halt noch das ja erobern. Aber es wird ihnen auch nicht so viel bringen, weil sie halt nicht so viel mehr Leben dazu bekommen würden. Junge, was kommt mir für eine Flamme? Alla. Da liegt einer. Bist du's du? Ne, bist du nicht. Ne. Ey. Wir verlieren Anton. Antonia verlieren wir. Ja, da müssen wir jetzt B einerobern. Oh. Sonst verlieren wir gleich. Ja, aber wir müssen hier schon mal mal zurück zu Anton. Oh. Oh. Au. Au. Lauf. Lauf in deinem Leben. Hier ist aber niemand bei B. Niemand ist bei B. Gar keiner mehr. Gut, dass wir B aerobert haben. Sonst werden wir jetzt RIP. Oh, ey, hier ist ein Katana. Ich hab ein Katana. Ein Katana oder ein Katana-Mensch? Ein Katana. Ah, na. So trifft das nicht. Wieso schieße ich? Warum werde ich von hinten beschossen? Oh, ich hab einen aufgeschlitzt. So, schön. Doppelkill wieder hingezaubert. Ich muss mir Medizin holen. Wo sind denn die alle hin? Ah, die sind bei mir. Ja, im Kampf gefallen, Alter. Äh, ja, ich auch. Was ist denn das, Junge? Keine Ahnung, was war'n das? Ich glaub, ich hab noch nicht mal B getroffen, aber... Aber wir werden's wahrscheinlich noch sehen. Dafür, dass ich noch nicht mal getroffen hab. Ich glaub, ich hab so einen Mittelpunkt von B und A getroffen. Okay, da steh' ich gerade. Dein Fliegsieg. Wo? Da hinten. Ja, wo? Alter, du hast unten's Hallen am Koffenpass. Dann sag doch mal. Was? Ach, da kommt sie. 105. Ja, ich seh's. Oh, hier kommt sie. Geil. Viking Time. Da. Alter, mich hat's umgeschubbt. Echt? Ja, ja. Die Trockenwelle. War mein Plan? Spaß, ne? War mein Plan, also. Ja, irgendwer hat den letzten umgebracht. Oh, 29 Kills für den Karabiner. Hä, warum war das kein deutlicher Sieg? Die haben doch 2 von 5, Alter. Ja, das versteh' ich auch nicht. Ah, nee, wir haben 2 von 5 gehalten. Nee, hä? 2 von 5 haben wir verloren. Ah, nee, wir haben 2 gehalten. Wir haben 2 von 5 verloren. Wir haben 2 von 5, Alter.